Der SC Freiburg hat sich für 2,9 Millionen Euro die Dienste vom 20-jährigen Merlin Röhl von Ingolstadt gesichert. Der deutsche U20-Nationalspieler avanciert damit zum zweitteuersten Transfer der dritten Liga, wobei Platz 1 Georg Niedermeyer ist, der damals aus einer zweiten Mannschaft kam und das Jahr zuvor ohnehin schon verliehen war und nicht mehr in der Liga gespielt hat, was gewissermaßen aber auch auf Röhl zutrifft, denn er hat letzte Saison in der zweiten Liga gespielt mit Ingolstadt, wo er aus 26 Einsätze mit einem Tor und zwei Vorlagen kam. Dass er mit seinem Niveau schon über der dritten Liga ist, zeigen seine vier Einsätze in der aktuellen Spielzeit, also 22-23, wo er zwei Tore und eine Vorlage aufzuweisen hat in nur vier Spielen. Zunächst erstmal so ein paar Daten zu Röhl selbst, denn er bringt wirklich ein interessantes Profil mit, denn er ist 1,92 Meter groß, wiegt allerdings nur 76 Kilogramm, muss also physisch noch zulegen, um körperlich auf dem höchsten Niveau mithalten zu können. Sein Marktwert beträgt derzeit 800.000 Euro und zu seinem Profil gehört auch, dass er wirklich komplett beidfüßig ist. Freiburg hatte ja schon seit Jahren einen Achter mit Offensivdrang gesucht, da man halt auf der Sechser- bzw. Achterposition mit Höfler und Eggestein zwei Stammspieler hat, deren Stärken halt eher in der Defensive liegen als in der Offensive. Zunächst hatte man da ja Santa Maria verpflichtet, der sich dann aber ebenso wie Eggestein ein Jahr später als zu defensiv herausstellte. Nun hat man als Alternative von der Bank auch noch den offensiven Achterhaberer ablösefrei ziehen lassen, wodurch man sich nun mit einem ähnlichen Spielertyp verstärken wollte, bzw. gewissermaßen auch musste, da eben auch Keitels Stärke eher die Defensive ist. Röhl ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, wie man auch hier an seiner Heatmap erkennen kann aus der letzten Saison. Trotz seiner Größe ist er defensiv genauso ein Aktivposten wie auch offensiv, wo er häufig in den Strafraum stößt oder sich in den Halbräumen bewegt, um dann den Ball zu erhalten. Dabei kommt ihm seine gute Technik zugute, die er trotz seiner Größe inne hat. So kann er den Ball gut abschirmen und auch behaupten, aber geht auch gerne mal ins Dribbling im letzten Drittel oder weicht auch des Öfteren mal auf den Flügel aus, zumeist nach rechts, wo er auch spielen könnte, also als rechts außen, wenn dann mal Not am Mann sein sollte, auch wenn das bei diesem Freiburger Kader wohl keinesfalls passieren wird in dieser Saison. Der ehrgeizige U-Nationalspieler ist auf jeden Fall auch laufsteig und im Mittelfeld flexibel einsetzbar, wobei ihm in allen Situationen seine Beidfüßigkeit auf jeden Fall zugute kommt. Er zieht mit seiner guten Schusstechnik auch gerne mal aus der Distanz ab, wenn auch häufig noch viel zu überhastet. Er ist zwar nicht der Zweikampfstärkste, beziehungsweise noch nicht, da er sich in seinem jungen Alter natürlich noch in allen Bereichen verbessern und entwickeln kann, vor allem mit Christian Streich als Trainer, der ja dafür bekannt ist, seine Spieler zu entwickeln, vor allem die jungen Talente. Die Größe dafür hat er wie gesagt auf jeden Fall, nur muss er hierzu auf jeden Fall noch physisch zulegen, um dann in den Zweikämpfen auch standhalten zu können, was beim SC aber auch schon anderen Spielern wie zum Beispiel jetzt Nico Schlotterbeck gelungen ist. Röhl wird als fleißig und auch als ehrgeizig beschrieben, daher sollte es nicht an der Einstellung scheitern. Röhl kann den Ball zwar nicht immer selbst gewinnen, aber wenn er den Ball erhält, kann er diesen gut nach vorne treiben und dann die offensiven Mitspieler in Szene setzen, da er auch ein wirklich gutes Passspiel hat für sein Alter und sein Niveau. Eine weitere Schwäche von ihm ist so ein bisschen überraschend, denn trotz seinen 1,92 Meter kommt er zum einen in relativ wenige Kopfballduelle, im Schnitt kommt er in 2,8 pro 90 Minuten, was jetzt nicht sonderlich viel ist und von denen kann er sogar nur 33% gewinnen, was wirklich eine niedrige Rate ist und da muss man auf jeden Fall noch schauen, dass man das verbessern kann bei ihm. Aber von der Größe her sollte es auf jeden Fall möglich sein, wenn er da physisch noch zulegt und das Kopfballspiel dann auch dementsprechend trainiert. Röhl passt also ziemlich genau in das Anforderungsprofil des Sportclubs und bringt auch noch großes Entwicklungspotenzial in nahezu allen Bereichen mit sich. Mit Höfler, Eggestein und Keitel hat er auf seiner Position drei defensivere Optionen vor sich, während der letzte Konkurrent auf dieser 6er bzw. 8er Position Robert Wagner ist, welcher gerade seinen Profi-Vertrag unterschrieben hat, ähnlich talentiert ist und vom Spielertyp quasi identisch zu Röhl ist. Wagner ist allerdings genau ein Jahr jünger und weist bisher nur Spielzeit in der dritten Liga auf, wodurch eigentlich klar sein sollte, dass Röhl als vierte Option für die Doppel-6 eingeplant ist bzw. als erste Option, falls man es wesentlich offensiver angehen will oder je nach Spielsituation auch mal muss. Er wird sich auf jeden Fall insofern verbessern, dass er dauerhaft auf wirklich hohem Niveau mit der ersten Mannschaft trainieren wird, selbst wenn er es nicht in den Kader schafft, wobei er dann dennoch dritte Liga spielen könnte in der zweiten Mannschaft, wie er es eben auch mit Ingolstadt gemacht hätte, wenn er geblieben wäre. Also da ist jetzt kein so großer Unterschied in seiner Entwicklung. Alles in allem ist Röhl eher eine Verpflichtung für die Zukunft wie für das Hier und Jetzt, wobei ich mir eher jemand gewünscht hätte für die Position, der sofort Druck auf die gesetzten Stammspieler Höfler und Eggestein ausübt. Dennoch glaube ich, dass er eine gute Verpflichtung ist, die sich bei richtiger Entwicklung auf jeden Fall auszahlen wird. Legt er auch noch physisch zu, dann kann er richtig explodieren, da er dann ein nahezu kompletter Mittelfeldspieler werden könnte. Das war also soweit meine Einschätzung zu Merlin Röhl, der zum Sportclub aus Freiburg gewechselt ist. Teilt ihr meine Einschätzung? Seht ihr irgendwas anders? Und wie beurteilt ihr den Transfer? Lasst mich sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!